Herzlich willkommen zu Urknall-Weltal und das Leben. Mit der Artemis-Mission soll es jetzt aktuell wieder zurück zum Mond gehen. Was wollen wir da überhaupt? Das soll uns mal der Mirko Krumpe erzählen, vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam, anlässlich der Babelsberger Sternennächte. Und dabei wird er auch gleich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was alles schief gehen kann bei so einer Mission anhand der zurückliegenden Apollo-Missionen. Wussten Sie es schon? Wir fliegen wieder zum Mond. Was Sie auf diesem Bild sehen, ist die unbemannte Artemis-1-Mission. Im letzten Jahr ist sie zum Mond geflogen, um den Mond herum geflogen und wieder sicher auf der Erde gelandet. Natürlich waren noch keine Menschen dabei, aber es ist nur der Anfang. Wenn man dieses Bild mit den vor über 50 Jahren beendeten Apollo-Missionen vergleicht, sieht man erschreckende Ähnlichkeiten. Das ist auch Absicht. Vor wenigen Monaten fand außerdem der Testflug des sogenannten Starships statt. Dieser war noch nicht ganz erfolgreich, aber Sie merken, wir sind wieder auf dem Weg. Beide Missionen sind kritisch, um wieder auf dem Mond zu landen. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen in diesem Vortrag darstellen. Aufgrund dieser Ereignisse möchte ich mit Ihnen zurückgucken auf die Apollo-Mission. Ich möchte Ihnen erklären, wie Raumfahrt funktioniert, dass eigentlich immer irgendwas schiefläuft, wie aber diese Probleme immer wieder versucht werden zu lösen und wie es bei den Apollo-Missionen auch so war, dass man nicht gleich mit der ersten Mission auf dem Mond landet, sondern sich Zwischenziele setzt und diese erstmal sorgfältig erreicht, um Fehler auszusortieren. So werde ich bis zu der Apollo-Mission 11, der ersten Landung, Ihnen zeigen, wie diese einzelnen Zwischenschritte waren und danach dann erklären, was so alles schiefgelaufen ist noch bei den weiteren Missionen. Ich möchte kurz das Apollo-Konzept nochmal einfühlen. Es war so, dass um 1960 bereits die ersten Ideen entwickelt wurden, wie man auf dem Mond landen könnte. Es gab dort die Idee, dass man ein großes Raumschiff mit drei Astronauten auf dem Mond landen lässt und dann dieser obere Teil wieder zurückverliegt. Man hätte also von der Erde ein Riesenraumschiff zum Mond gestartet, dieses dort gelandet und wieder die Astronauten sicher zurückgebracht. Das zweite Konzept sah vor, dass man zwei Raumschiffe hat. Sie sehen auch in dieser Darstellung die unterschiedlichen Größenverhältnisse. Das ist die gleiche Skalierung. Sie sehen, dass die Raumschiffe bei dem Zwei-Raumschiffen-Konzept bedeutend kleiner sein könnten. Das erste Raumschiff, das sogenannte CSM, Kommando- und Service-Module, hätte man benutzt, um oben die Astronauten zu beherbergen und unten in dieser zylinderformigen Struktur befinden sich Sauerstoff, Wasserstoff, Brennstoffzellen, alles, was sie benötigen, um Astronauten sicher zum Mond zu bringen und wieder zurück. Daneben gab es dann die sogenannte Mondfähre, hier in dieser Darstellung markiert als LM. Diese diente nur dazu, die Astronauten am Mond zu landen mit der unteren Plattform und diese obere Plattform startete die Astronauten vom Mond wieder zurück. Beide Konzepte hatten ihre Vor- und Nachteile. Die große Gesamtrakete hatte das große Problem, dass man bis 1960 noch nicht mal auf der Erde geschafft hatte, solch eine große Rakete mit wenig Aufwand zu starten. Man benötigte immer hunderte von Leuten. Diese Raketen waren extrem fehleranfällig und somit war es zweifelhaft, ob man das schaffen könnte, so eine Sache auf dem Mond zu landen und wieder neu zu starten. Das Konzept der Zweiraumschiffe hingegen hat das Problem, dass man diese öfter im Weltraum, sowohl in der Erdumlaufbahn als auch an der Mondumlaufbahn, koppeln muss. Auch das hatte man bis dahin noch nie versucht. Man hat sich aber nachher aus technischen Gründen für das zweite Raumschiffkonzept entschieden. Somit sah das Apollo-Programm wie folgt aus. Man hatte eine große Mondrakete, die nun beide Raumschiffe zum Mond starten musste. Da man die Mondfähre erst im Mondorbit brauchte, wurde diese in den oberen Teil der dritten Stufe der Mondrakete gesetzt. Darüber befand sich das Service-Modul. Da hatte ich schon erklärt, da war ganze Sauerstoff, Wasserstoff und die Brennstoffzellen drin. Mit den Brennstoffzellen wird Strom produziert. Die produzieren auch Abwärme. Dadurch kann ich das Raubschiff heizen. Und ich produziere Wasser, sehr viel Wasser, was die Astronauten wieder trinken können und was auch zum Kühlen verwendet werden kann. Und dann habe ich darüber diese dreiecksförmige Struktur und dort drin befinden sich die drei Astronauten hauptsächlich. Dieses Kommandomodul ist auch das einzige Raumschiff, was ein Hitzeschutzschild hat. Also das brauche ich, um auch wieder zurückzukommen zur Erde. Hier sieht man eine Aufnahme, wo diese Raumschiffe in der Mondumlaufbahn zusammengedockt sind. Das ist eine Konfiguration, wie sie kurz vor der Mondlandung passieren würden. Man hat erst im Kommandomodul die drei Astronauten. Zwei davon steigen in die Mondfähre um, landen auf dem Mond. Und die dritte Person bleibt alleine im Kommandomodul zurück, umkreist den Mond in der Zwischenzeit und wartet darauf, dass die zwei Kollegen hoffentlich sicher wieder zurückkehren. Wie Sie schon gesehen haben, braucht man dafür eine Rakete. Eine richtig große Rakete. Die muss nicht zwei Raumschiffe, nicht nur hochheben in den Erdorbit, sondern auch noch zum Mond befördern. Und bis vor wenigen Monaten war die Saturn V, die man hier als Mondrakete verwendet hat, die stärkste Rakete, die die Menschheit besessen hat. Die Saturn V wurde im November 1967 das erste Mal gestartet. Sie war fast 111 Meter hoch, hat eine Startmasse von fast 3000 Tonnen gehabt. Und die erste Stufe hat pro Sekunde 13 Tonnen Treibstoff verbrannt. pro Sekunde. Vielleicht sollten wir darüber mal ein eigenes Video machen, weil die Startabläufe und die Rakete generell einfach genial ist. Wenn Sie diese Rakete mal noch sehen wollen, haben Sie da noch drei Möglichkeiten in den USA. In Florida und in Houston können Sie sie liegend sehen. Und wenn Sie mal in Huntsville, Alabama sind, da steht sie sogar noch rum. Da können Sie diese beeindruckenden 111 Meter wirklich live sehen. Diese Mondrakete wurde über die Apollo-Mission immer wieder verbessert. So konnten anfängliche Varianten etwa 43,5 Tonnen zum Mond heben. Die letzten Varianten konnten dann 50 Tonnen bis zum Mond bringen. Hier sieht man die Größe der Triebwerke. Das ist Werner von Braun, der Entwickler oder Teamleiter dieser Rakete. Und wie bereits erwähnt, 13 Tonnen pro Sekunde haben diese fünf Triebwerke verbraucht. Nun komme ich zu den Apollo-Missionen und zeige Ihnen, wie der Weg bis zu Apollo 11 der ersten bemannten Mondlandung war. Es gab im Oktober 1968 die erste bemannte Apollo-Mission. Die hatte die Nummer 7. Und hier ging es darum, dieses Kommandomodul, also diesen Teil, wo die Astronauten dauerhaft drin sind, und diese Sauerstoff, Wasserstoff und die Brennstoffversorgung zu testen. Und zwar nur im Erdumlaufbahn. Man hatte noch keine Mondfähre mit, weil man auch nur in den Erdorbit reinfliegen wollte und nicht in einen Mondorbit, reicht auch eine damals kleinere Rakete. Das war die sogenannte Saturn 1b. Bei dieser Mission fand auch die erste Live-Übertragung aus dem Cockpit bei den Astronauten statt für das Fernsehen. Im Dezember 1968 gab es dann einen sehr großen Meilenstein in der Raumfahrt. Und zwar haben zum ersten Mal Menschen einen Erdorbit verlassen und zum ersten Mal sind Menschen zum Mond geflogen. Man hatte damals auch die Mondlandefähre nicht mit, weil diese war immer noch nicht fertig. Man hat zehnmal den Mond umrundet und ist dann sicher wiedergekommen. Wie sah damals der Missionsablauf aus? Das war generell auch der Ablauf aller Apollo-Missionen. Man startete, war dann in einem sogenannten Parkorbit. Das heißt, man konnte die Systeme nochmal checken. Wenn alles funktionierte, hat man dann nochmal die Oberstufe der Saturn 5 angeworfen und hat sich in eine Umlaufbahn zum Mond eingeschossen. Ab dann war es zu spät. Dann waren sie wirklich auf dem Weg zum Mond und konnten nicht mehr zurück. Man konnte nicht hier einfach bremsen und sagen, wir fliegen wieder zurück. Sie mussten zum Mond. Auf der Rückseite des Mondes, ohne Kontakt zur Erde, gab es dann das nächste kritische Manöver. Und zwar mussten sie hier bremsen. Sie mussten Geschwindigkeit rausnehmen, um in ein Mondorbit einzuschwenken. Dieses Manöver war natürlich vorher berechnet worden. Aber Apollo 8 war trotzdem die erste Mission, die es wagte. Und so gab es schon in Houston Spannung, ob alle Berechnungen korrekt waren und das Raumschiff auch funktionierte. Als der Funkkontakt dann auch wieder hergestellt wurde, wie man erwartet hatte, wusste man, dass die Astronauten in den Mondorbit eingeschwenkt waren. Nach einigen Mondumkreisungen wurde dann das Triebwerk wieder gestartet, um dann den Mondorbit zu verlassen und zurück zur Erde zu gelangen, wo man dann landete. Dieses Bild ist eins der berühmten Bilder von Apollo 8. Es zeigt den Erdaufgang vom Mond. Da gibt es auch ein Video, das solltet ihr sich mal angucken. Faszinierend, wie man einfach sieht, wie die Erde aufgeht. Der nächste entscheidende Schritt zu einer bemannten Mondlandung war dann im März 1969 Apollo 9. Apollo 9 war nun der Test der Mondfähre. Die hat man aber nicht gleich bis zum Mond mitgenommen, sondern erst mal im Erdorbit getestet. Falls irgendwas passiert, können die Astronauten umsteigen und gleich wieder auf der Erde landen. Deswegen sind das Aufnahmen, die Sie sonst nie wiedersehen werden, weil Sie mal eine komplette Mondfähre mit dem Hintergrund der Erdatmosphäre sehen. Das passiert sonst nur am Mond abgekoppelt. Und hier hat man damals die Rondevus geübt und das Koppeln. Immer wieder ist vom Prinzip die komplette Mondmission durchgegangen, nur halt nicht am Mond, sondern an der Erde. Der nächste entscheidende Schritt war dann im Mai 1969 Apollo 10. Apollo 10 sollte den kompletten Test der Mondlandung vornehmen. Vor allem das neue Landeradar sollte getestet werden. Und man wollte bis auf 14 Kilometer über den Mond runtergehen und dann sofort wieder zurück starten. Eine Mondlandung war nicht geplant und die Astronauten hätten sie auch nicht machen können, weil die Aufstiegsetage, die Sie in diesem Bild sehen, das ist jetzt die Aufstiegsetage ohne die Ländereinheit, war nur halb betankt. Man hätte es also gar nicht geschafft, vom Mond wieder zurückzukommen. Hier sehen Sie auch ein wunderschönes Bild. Hier haben die Astronauten aus der Kommandokapsel, aus dieser Kapsel, die Mondkapsel fotografiert. Hier befinden sich zwei Astronauten und die Astronauten haben den verbleibenden Astronauten in dem Kommandomodul fotografiert. Beim Rückstart damals aus einer Höhe von 14 Kilometern kam es fast zur Katastrophe. Und zwar gab es Missverständnisse im Ablauf der Prozeduren zwischen den zwei Astronauten und somit fing diese Aufstiegsetage an, unkontrolliert herumzutaumeln. Es gelang zwar, diese wieder zu stabilisieren nach etlichen Sekunden und wieder sicher am Kommandomodul anzudocken, jedoch konnte man später zeigen, dass wenige Sekunden später die Mission komplett verloren gewesen wäre und diese Kapsel auf dem Mond gecrasht wäre. Man hatte also die Lektion gelernt. Das ganze Landeradar hat noch nicht perfekt funktioniert. Die Missionsabläufe waren noch nicht gut. Und das waren alles sehr wichtige Informationen für den Ablauf von Apollo 11. Und so kam es dann zur wahrscheinlich berühmtesten Mission des Apollo-Programms, Apollo 11, die erste Mondlandung. Auch hier gab es wieder Probleme mit dem Landeradar. Da komme ich gleich noch mal zu. Aber ich möchte hier auch gar nicht so viel darüber erzählen, weil das kennen Sie wahrscheinlich alle als Experten. Und von daher erzähle ich Ihnen mal bei Apollo 11 was, was Sie vielleicht noch nicht kennen. Und zwar, wie schläft man eigentlich auf dem Mond? Das ist nicht ein Problem, was die NASA komplett unterschätzt hatte. Die Mondfähren waren so gebaut, dass sie gerade mal so zwei Astronauten kurzzeitig auf dem Mond absetzen können, dort das Überleben ermöglichen und dann wieder zurückstarten. Sie waren aber nicht mit Betten ausgestattet, wo man nun schlafen konnte. Man verbrachte aber etliche Stunden auf dem Mond und von daher gehört es auch dazu, dass man hier sich ausruhen sollte. Hier sehen Sie einen Schnitt durch die Mondfähre. Sie müssen sich vorstellen, hier vorne würden jetzt die zwei Astronauten stehen und hier vorne wäre dieses Bedienpanel. Sie sehen, da ist nicht viel Platz. Ein Mensch ist genauso groß wie das ganze Teil hier. Ein Astronaut hat bei Apollo 11 hier vorne sitzend in der Ecke geschlafen. Der andere über dieser Abdeckung, dahinter ist das Triebwerk für den Rückstart, hat hier oben drauf gesessen und geschlafen. Später haben sich die Apollo 11-Astronauten darüber bei der NASA beschwert, dass das überhaupt nicht ging und dass man diese Sache wirklich für die nächsten Apollo-Missionen unbedingt verbessern muss. Sie müssen sich vorstellen, man hat alle elektrischen Geräte, die Ventilatoren sind an, die Astronauten durften die Raumanzüge nicht ausziehen. Man hat sich später in der Mission entschlossen, doch, dass sie die Helme wenigstens abnehmen durften, weil man ansonsten gar nicht schlafen konnte. Und so hat man sich dann entschlossen, ab Apollo 12 Hängematten mitzunehmen. Ja, Sie haben richtig gehört, man hat also in der Mondfähre in Hängematten übereinander geschlafen. Ein Astronaut hier unten, hier sehen Sie jetzt, das ist das Ende des Mondlandegeräts. Hier sind die ganzen Steuereinheiten. Das Bild hat gerade, das vorige Bild hat gerade den hinteren Teil gezeigt. Und nun hat hier unten ein Astronaut in einer Hängematte gehangen und hier oben quer rüber. Das hat aber auch die Situation nicht viel verbessert. Man hatte immer noch das Problem, dass man in den Raumanzügen war. Die waren wirklich nicht sehr vorteilhaft, um da drin erholsam zu schlafen. Die Astronauten wollten aber auch keine Schlafmittel nehmen, weil man immer wieder bereit sein musste zu reagieren, falls irgendwas in dem Raumschiff sein sollte oder Just mit einsprechen will und irgendwelche Aufgaben hat. Ab Apollo 15, da komme ich dann später noch dazu, war man bedeutend länger auf dem Mond und man musste diese Situation nochmal verbessern. Die Idee der NASA war, dass die Astronauten nun ihre Raumanzüge ausziehen durften, aber man musste nach wie vor die gekühlte Unterwäsche anhaben. Sie müssen sich vorstellen, auf dem Mond haben sie Temperaturen in der Sonne von um die 120 Grad. Das heißt, der menschliche Körper und die Raumschiffe müssen gekühlt werden. Sie waren also angeschlossen am Länder, um eine Kühlung am Körper zu ermöglichen. Nun können Sie sich schon vorstellen, mit so einer Kühlung schläft es sich auch nicht sehr gut. Da können Sie sich auch nicht in jede beliebige Position drehen. Und von daher blieb dieses Problem bis zum Ende der Apollo-Missionen ein großes Problem. Und bei den nächsten Mondmissionen wurde natürlich hierauf auch Aufmerksamkeit gelegt, dass man diese Schlafsituation verbessert. Hier zeigt man nochmal von der NASA ein Bild, wie eng das eigentlich war. Ich hatte Ihnen eben erzählt, dass man ab Apollo 15 die Raumanzüge ausziehen durfte. Das hört sich erstmal gut an, aber Sie sehen sofort ein weiteres Problem. Wenn man zwei große Raumanzüge in diesem engen Lunamodul auszieht, dann ist es so, als ob man dort zu viertnächtigt. Also von daher, egal wie man es gedreht hat, es war einfach nicht ideal. Dann wurde im November 1969 Apollo 12 gestartet. Der Kommandant dieser Mission, Piet Conrad, sagt einmal, der Flug war absolut normal für die ersten 36 Sekunden. Was ist passiert? Der Start fand bei Regen statt und die Saturn V war dafür gebaut, auch bei Regen starten zu können. Jedoch flog man direkt durch eine Gewitterwolke durch und löste 36 Sekunden nach dem Start einen Blitz aus. Wie man später herausfand, hat das vor allen Dingen sehr gut funktioniert, weil der Abgasstrahl den Blitz ermöglichte, die Erde zu erreichen. 16 Sekunden später gab es einen zweiten Blitzeinschlag und man verlor die komplette Bordelektronik. Sie müssen sich vorstellen, die Astronauten saßen in einem dunklen Raumschiff, man hatte einen Totalausfall, alle Sicherungen waren gekommen, die Brennstoffzellen hatten sich verabschiedet, die Kurskontrolle hatte man verloren, es war sozusagen alles weg. Der einzige Vorteil, warum diese Mission nicht in einer Katastrophe endete, war, dass die Saturn V einen vorprogrammierten Kurs hatte. Die ist einfach stur ihren Kurs abgeflogen abgeflogen und hat dadurch kein Problem verursacht. Später im Orbit haben die Astronauten dann alle Systeme gecheckt und wundernswerterweise wieder in Betrieb nehmen konnten. Man konnte sozusagen diese Mission fortsetzen. Was war das Hauptziel dieser Mission? Das Hauptziel war, nun eine punktgenaue Landung hinzulegen. Apollo 11 hatte wieder gezeigt, dass das Landeradar immer noch nicht funktioniert und man war sechs Kilometer über den ursprünglichen Punkt hinausgeschossen. Man wollte bei der NASA aber punktgenau landen können, um auch Missionen wie diese zu ermöglichen. Auf diesem Bild sehen Sie Surveya 3. Der wurde 2,5 Jahre vorher auf dem Mond gelandet und man wollte dort nun Teile ausbauen und wieder mit zurück zur Erde nehmen. Im Hintergrund sehen Sie die Mondlandefähre. Also das hat wunderbar geklappt bei Apollo 12, das man in der Nähe aufsetzt, auch nicht zu nah, nicht um das Instrument zu beschädigen und so nahm man die Teile mit. Bis heute gibt es da ein Riesenrätsel. In einer der Kameras, die man zurückgenommen hat, hat man Bakterien gefunden. Es ist bis heute nicht klar, haben diese Bakterien zweieinhalb Jahre auf dem Mond überlebt oder wurden diese von den Astronauten beim Rückflug vom Mond auf die Erde auf die Kamera übertragen. Hier sehen Sie kurz vor der Landung auf der Erde eine wunderschöne Sonnenfinsternis im Weltraum. Es ist hier aber nicht der Mond, der die Sonne verdunkelt, sondern die Erde verdunkelt die Sonne. Betrachtet aus dem Raumschiff Apollo 12. Nun kommen wir zur Mission, die wahrscheinlich auch jedem bekannt ist, Apollo 13. Sie wird immer wieder ein erfolgreicher Vierschlag genannt und darüber könnte man auch ein eigenes Video drehen. Das möchte ich hier nicht. Daher werde ich diese Mission nur kurz anreißen, was passiert ist. Es ging wirklich schon vor dem Start los. Sechs Tage vom Start Ken Mettenly, der eigentliche Kommandomodul-Pilot, war in Kontakt mit jemandem, der die Masern hatte. Er hatte selbst noch nie die Masern. Es bestand also die Möglichkeit, dass er beim Pflug an Masern erkrankt. Das macht man natürlich nicht. Er musste ausgetauscht werden. Merken Sie sich, sein Name, der wird nochmal interessant werden im Verlauf dieses Vortrages. Jack Zweigert sprang ein und so übte man die letzten Tage noch, um das Team, neu zusammengestellte Team zum Laufen zu bekommen. Beim Start läuft dann in der zweiten Stufe auch wieder was schief. Und zwar fällt eins der fünf Triebwerke aus. Die anderen Triebwerke sind aber in der Lage, länger zu brennen und schaffen es, die Rakete gerade noch so in die Minimalorbit einzuschießen, damit die Mission fortgesetzt werden kann. Und dann kommt es zur Hauptkatastrophe, etwa 56 Stunden nach dem Start. Explodiert einer der Sauerstofftanks, beschädigt einen zweiten und das komplette Kommandomodul oder besser gesagt das Service-Modul blutet aus und somit kann das Kommandomodul nicht mehr versorgt werden. Ab dann ist das Ganze nur noch eine Rettungsmission. Also was war passiert? Sie müssen sich vorstellen, in diesem Bereich, das ist das Service-Modul, hier drunter befinden sich halt diese Tanks, Sauerstoff, Wasserstoff und die Brennstoffzellen. Hier gab es eine Explosion. Diese Einheit konnte nicht mehr benutzt werden, nur noch das Kommandomodul konnte benutzt werden, aber auch nur noch für wenige Stunden und die Zeit brauchte man für die Landung. Ansonsten war es nun natürlich der Vorteil dieses Apollo-Konzeptes, dass man zwei Raumschiffe mit hatte. Die Mondfähre war komplett intakt. Ich hatte Ihnen aber nun eben schon gezeigt, dass man in dem Mondmodul eigentlich sehr schlecht schlafen kann, schon mit zwei Leuten. Nun mussten dort drei Personen leben und auch nicht nur für wenige Stunden, sondern für mehrere Tage. Daher musste man alle Sauerstoffvorräte so strecken und auch Wasser und auch die Elektrik, damit man es mit dieser Mondfähre zurückschaffte bis zur Erde. Warum? Nur an diesem Modul war das Hitzeschutzschild, das man für die Landung brauchte. Kurz bevor man dann die Landung vollzogen hat, haben die Astronauten das Service-Modul abgekoppelt und konnten sich überzeugen, dass es eine große Explosion gab. Das sind die einzelnen Aufnahmen, die man von Apollo 13 aus dem Orbit hat, wo man wirklich sieht, was passiert ist. Die Mission war nicht komplett ein Fehlschlag. Einige Experimente wurden trotzdem erledigt. So hat man sehr viele neue Bildmaterialien gesammelt, weil die Astronauten natürlich nun um den Monden rumgeflogen sind. Man hat auch nun zum ersten Mal die abgebrannte dritte Stufe der Saturn-Rakete benutzt, um diese auf den Mond zu crashen. Ab Apollo 12 hat man bei jeder Mission seismische Detektoren auf dem Mond aufgebaut. Und die Idee war dahinter, wenn sie irgendwo eine kleine Explosion auslösen, laufen diese Schallwellen in die Mondoberfläche rein und sie können messen, was dort der Aufbau des Mondes ist. Und so hat man diese dritten Stufen ab nun an immer auf den Mond gecrasht und sie sehen hier schon, dass es doch einen relativ großen Krater hinterlassen hat und so konnte man messen, wie das Innere des Mondes aussieht. Das gleiche hat man später auch mit den oberen Einheiten der Mondfähre getan. Die hat man auch wieder zurückgeworfen auf den Mond, um wieder so eine kontrollierte Explosion oder einen kontrollierten Einschlag auszulösen. Dann im Januar 1971 gab es Apollo 14. Sie können sich vorstellen, nach dem Desaster von Apollo 13 wurde im Kommandomodul und im Service-Modul fast alles auf den Kopf gestellt. Man wollte natürlich, dass es so eine Situation nie wieder gab und so kam es zu etlichen Verbesserungen. Die zwei Hauptsauerstofftanks wurden nun so verbessert, dass es fast unmöglich war, dass es hier zu einem elektrischen Kurzschluss kommt. Das war nicht das Problem, was die Explosion des Sauerstofftanks ausgeführt hatte. Des Weiteren gab es nun einen dritten Sauerstofftank auf der anderen Seite. Das war nämlich ein sogenannter Konstruktionsfehler damals, dass wenn ein Sauerstofftank explodiert, reißen die Trümmerteile den zweiten gleich mit auseinander. Dadurch, dass man hier sehr starke Trennwände drin hat und diese nun auf der anderen Seite platzierte, konnte das nicht mehr passieren. Bei der Landung hatte man das Problem bei Apollo 13, dass man nicht genug Strom hatte. Daher gab es jetzt weitere Batterien, um immer sicherzustellen, auch wenn die Brennstoffzellen nicht mehr funktionieren können, dass man genug Strom hat. Und die Wasserversorgung war ein Problem der Astronauten, deswegen gab es nun weitere Wasserversorgungsnotrationen. Alles dieses wurde ab Apollo 14 bei allen weiteren Apollo-Missionen umgesetzt. Aber diese Mission verlief auch nicht ohne Probleme. Hier sehen Sie die dritte Stufe der Mondrakete. Am oberen Ende ist die Mondfähre von oben betrachtet. Wir waren jetzt also auf dem Weg zum Mond, es gab keinen Weg mehr zurück und man musste nun diese Mondfähre aus dieser Raketenstufe rausholen und das funktionierte nicht, wie es sollte. Es gab hier nämlich einen sogenannten Kopplungsmechanismus, den sieht man auf diesem Bild hier, das ist dieser Bereich und dieser rastet in diese Mondfähre ein und hält sich dann mit Klammern fest, sodass beide Raumschiffe hart gekoppelt sind. Aber das funktionierte diesmal nicht. Man hatte schon drei Versuche unternommen, beim dritten Versuch hatte man schon über vier Sekunden versucht den Kontakt zu halten, aber die Klammern sprangen einfach nicht ein. Erst bei weiteren Versuchen und bei einem sehr harten Versuch das hatte Houston auf dem Boden dann versucht und von daher hat man das den Astronauten dann empfohlen, hat man wirklich geschafft, dass diese Klammern eingerastet sind. Die Astronauten haben dann diesen Mechanismus in das Kommandomodul reingenommen und untersucht. Dabei mussten sie feststellen, dass es nun ohne Probleme ging. Man hat bis heute nicht verstanden, was wirklich das Problem war. Es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder war Schmutz drin und bei diesem harten Andocken hatte der sich in den Weltraum verabschiedet oder eine Klammer hatte Probleme in der Feder und auch dieses Problem war dann mit dem ersten Einrasten gelöst. Im weiteren Missionsverlauf war das kein Problem mehr, aber die Mission stand kurz vorm Dingen weiter. Wir befinden uns jetzt in der Etappe, wo wir in einer Mondumlaufbahn sind. Die Mondfähre wurde abgekoppelt und man hat nun damit begonnen, die Mondlandung einzuleiten. Dabei stellt aber Houston fest, dass der Abbruchknopf der Mondlandung gedrückt wurde. Man fragt dann die Astronauten, hat bei euch jemand aus Versehen den Abbruchknopf gedrückt? Die Astronauten sagten nein, der ist auch aus. Daraufhin sagte Houston, klopf doch mal auf die Abdeckung neben den Knopf. Und da stellte man fest, dass immer wenn man da klopfte, ging im Computer diese Warnlampe aus und irgendwann ging sie wieder auch an. Man ging davon aus, dass es da ein Metallstück im Schalter gab, was immer mal wieder an und immer mal wieder ausging. Das Problem war nur, dass Warnung wird sofort abgebrochen, Computer bringen uns zurück in einen sicheren Orbit. Das heißt, sie können einfach nicht sagen, naja, vielleicht bleibt es ja aus, vielleicht geht sie wieder an. Man musste also eine Lösung finden für dieses Problem und man hatte dafür zwei Stunden Zeit, weil genau so lange dauert eine Mondumrundung. Ein cleverer Informatiker bei der NASA auf die Idee kommt, den Computer so zu um mit Apollo 14 sicher auf dem Mond zu landen. Man konnte natürlich diese Taste nicht mehr drücken, aber alle Systeme davor haben perfekt funktioniert, von daher ist man dieses Risiko eingegangen. Kommen wir nun in das Jahr 1971, genauer gesagt in den Juli. Da fand die Apollo 15 Mission statt. Es war nun ein komplett neuer Missionstyp an Apollo Mission. Es war der sogenannte J Missionstyp bei der NASA und der sah bedeutend längere Aufenthalte vor und einen stärkeren wissenschaftlichen Ansatz. Dazu hatte man auch einen Rover mit. Man konnte also mit einem Elektroauto auf dem Mond fahren. Diese ganze Kiste hier war 3,1 Meter lang, 2,3 Meter breit, bestand aus Aluminium, hatte eine Masse von 210 Kilo und konnte noch mal die Astronauten mit ihrem Gewicht und den ganzen Rucksäcken also weiteren 350 Kilo etwa dazu packen. Jedes Rad war angetrieben mit einem Elektromotor 180 Watt, Höchstgeschwindigkeit erschreckende 13 Kilometer pro Stunde, Maximal Reichweite etwa 90 Kilometer, wurde nie komplett benutzt, also falls Sie mal ein Auto auf dem Mond brauchen und die Dinger funktionieren noch, hier wäre eine Möglichkeit. Das Problem ist nur, Sie können so ein großes Auto nicht einfach irgendwo Platz war ein Problem. Daher musste dieser Rover komplett zusammengefaltet werden auf Faltmaße von 90 Zentimeter mal 150 mal 170 also eine relativ kleine Platzeinheit und die wurde dann in die Mondlande Einheit reingequetscht. Die Astronauten mussten dann mit Hilfe von Seilzügen die Verdeckung abnehmen, den Rover langsam rausrollen, den Rover entfalten und den Rover auf dem Mond abstellen. Das funktionierte auch ganz gut alles und dann kam es wie wenn sie sich ein neues Auto kaufen wollen zur ersten Probefahrt. Der Astronaut setzte sich rein, stellte erst mal fest, eine Batterie ist leer. Später stellte sich heraus, dass nur die Anzeige kaputt war, die Batterie war voll, es wurde angezeigt, dass sie leer ist. Er fuhr die ersten Runden auf den Mond mit, stellte fest, die Vorderradlenkung funktioniert auch nicht. Dieses Auto hatte glücklicherweise eine Vorderradlenkung und eine Hinterradlenkung und dadurch war es nicht kritisch, dass die Vorderradlenkung nun komplett nicht funktionierte, man konnte immer noch mit den Hinterrädern lenken. Also ich sage mal so, auf der Erde hätten sie dieses Fahrzeug wahrscheinlich nicht gekauft, aber auf dem Mond war man natürlich zufrieden, weil man bedeutend weitere Strecken damit zurücklegen konnte. Die nächste Apollo-Mission war Apollo 16 im Missionslogo und hier sehen Sie einen Namen, der Ihnen vielleicht bekannt vorkommt, Mettenling. Das war der Astronaut, der bei Apollo 13 nicht mitfliegen durfte, weil er angeblich die Masern bekommen könnte. Er hat nie die Masern bekommen und hier bei Apollo 16 hat er nun die Chance bekommen, mit einer weiteren Mission zum Mond zu fliegen. Bei dieser Mission kam es aber auch wieder zu Zwischenfällen. Als man auf dem Weg schon wieder zum Mond war, ging es Kapsel an der Mondlandefähre anzudocken und aus der Oberstufe die Mondfähre rauszuziehen. Dabei bot sich den Astronauten folgendes Bild. Man sah fünf bis zehn Teilchen pro Sekunde, die sich von dieser Mondlandefähre entfernten. Man hatte Angst, dass irgendein Treibstofftank an der Mondfähre defekt war. Man koppelte an dieser Mondfähre an, überprüfte sie, konnte aber nichts feststellen. Es war also alles intakt. Später stellte sich heraus, dass man aus Gewichtsgründen versucht hatte, eine neue Farbe bei der Oberstufe der Rakete zu verwenden und diese hat sich im Weltraum aufgelöst. Das ist der Grund, warum man hier diesen Teilchen Schwarm sieht. Des Weiteren hat diese Mission untersucht, warum Astronauten ein ganz besonderes Phänomen auf dem Weg zum Mond und am Mond hatten. Und zwar haben sie in der Nacht selbst mit geschlossenen Augen immer wieder Lichtblitze gesehen. Man ist davon ausgegangen, dass diese Lichtblitze durch kosmische Strahlen erzeugt werden. In den Augen kommt es zu einer physikalischen Reaktion und das löst Lichtteilchen aus. Man hatte hier dann diesen Mechanismus aus Bleiplatten, um die Strahlung abzuschirmen und die Idee war, sieht der Astronaut jetzt weniger dieser Lichtblitze damit. Kommen wir nun zur letzten Mission des Apollo-Programms Apollo 17. Das war im Dezember 1972 und das Ganze war ein Nachtstart. Man wusste bereits, dass das die letzte Mission ist und man wusste auch, dass man im Mai 1973 eine Skylab-Mission starten möchte. Ich erkläre gleich nochmal, was Skylab ist in den nächsten Folien. Und so hatte man unter dem Apollo-Kontrollraum einen zweiten Kontrollraum geplant und hier saßen nun Menschen und haben live diesen Start verfolgt und eine komplette Simulation des Skylab-Staates vorgenommen. Also man hat schon geübt für wenige Monate später. Auf diesem Bild sehen Sie den Astronauten Hersen Schmidt. Schmidt war der allererste Wissenschaftsastronaut bei der NASA. Er war Geologe, er war kein Testpilot. Er war Geologe und das war natürlich praktisch, dass man wirklich einen Fachmann mit zum Mond nahm. Er ist auch bis heute der letzte Mensch, der den Mond betreten hat. Die Mission verlief eigentlich relativ rund. Es gab einen Vorfall, als Gene Cernan auf dem Mond seinen Hammer aus seinem Anzug rausnehmen wollte, am hinteren Schutzblech des Rovers hängen blieb und das hintere Schutzblech komplett abries. Man fuhr dann im ersten Einsatz dieses Rovers trotzdem weiter. Es wurde aber so viel Staub aufgewirbelt, dass es ein Problem war für die Technik und man konnte das einfach nicht so 16 Astronaut Paul Young auf der Erde ins Labor gegangen, hat sich den kompletten Anzug angezogen, hat sich alle Sachen geben lassen, was die Astronauten auf dem Mond haben und hat getestet, wie kann ich dieses Schutzblech reparieren. Am nächsten Morgen wurden diese Prozeduren, die er erarbeitet hatte, dann den Astronauten auf dem Mond überspielt und so hat repariert, ist so den zweiten Außeneinsatz gefahren und auch nochmal den dritten Außeneinsatz. Es musste nicht nochmal repariert werden, es hielt bis zum Ende. Apollo 7 zeigt eigentlich auch das Vertrauen, das die NASA nun in die Abläufe auf dem Mond hatte. Wenn man Apollo 11 mit Apollo 7 vergleicht, dann sieht man, Apollo 11 nur 21,5 Stunden insgesamt auf dem Mond war und siebsten war drei Tage und drei Stunden auf dem Mond insgesamt und über die drei Außeneinsätze waren sie 22 Stunden draußen. Sie kennen sicherlich die ersten Worte auf dem Mond von Neil Armstrong 3,5 Jahre vor der letzten Mondlandung. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein gewaltiger Schritt für die Menschheit. Kennen Sie auch die letzten Worte auf dem Mond? Die kamen von Gene Sernan. Sie sehen hier Neil Armstrong und hier Gene Sernan. Die Menschen, die die ersten und die letzten Worte auf dem Mond gesprochen haben, sind hier also auf einem Bild. Gene Sernan sagte, wir gehen, wie wir gekommen sind und so Gott will, werden wir zurückkehren mit Frieden und Hoffnung für die ganze Menschheit. Warum endete das Apollo Programm? Es gab eigentlich mit der Landung von Apollo 11 ursprünglich neun weitere bemannte Flüge. Aber aus Kostengründen wurde das immer weiter zusammengestrichen. Schon vor Apollo 13, vor diesem großen Unfall, wurde Apollo 20 gestrichen. Nach Apollo 13 wurden Apollo 18 und 19 gestrichen. Man hatte aber die restlichen Raumschiffe alle schon gebaut und übrig. Und so hatte man sich entschlossen, neue Projekte zu machen. So kam es zur Mission Skylab und Apollo Soyuz. hat man die erste amerikanische Raumstation gestartet. Sie müssen sich vorstellen, man hatte diese komplette riesige Oberstufe der Saturn 5. Nun brauchte man ja keine Mondfehre mehr. Die hatte man übrig und konnte dort eine Umgebung bauen, in der Astronauten leben konnten. Riesig Platz drin für Experimente und um die Bedingungen im Weltraum zu testen. Und so ist man dann um die Erde geflogen und hat eine Raumstation betrieben für mehrere Wochen. Apollo Soyuz war das erste Programm, bei dem die Amerikaner mit den Kosmonauten damals aus der Sowjetunion sich im Weltraum gekoppelt haben und Experimente zusammen durchgeführt haben. Wie geht es nun weiter? Ich hatte Ihnen ja zum Anfang gesagt, wir sind auf dem Weg zum Mond. Sie haben jetzt hoffentlich ein bisschen gesehen, wie Raumfahrt betrieben wird, dass nie was gerade läuft und man immer bereit sein muss, Probleme anzugehen und zu lösen. Das neue Programm, was uns zum Mond bringen wird, heißt Artemis. Der Name ist gewählt worden, weil es die Zwillingsschwester von Apollon ist. Das heißt Anlehnung an das Apollo Programm. Das wird die erste bemannte Mondlandung seit Apollo 17 werden und man möchte diesmal auch eine Frau mitnehmen. Artemis 1 ist bereits geflogen im November 2022, flog diese Mission unbemannt zum Mond und kam erfolgreich zurück. Nun wird Artemis 2 geplant. Hier werden erstmalig 2024 vier Astronauten mit zum Mond genommen. Es findet aber keine Landung statt. Sie fragen sich jetzt vielleicht warum fliegen wir da überhaupt wieder hin? Die Idee ist diesmal auf dem Mond was dauerhaft aufzubauen. Man möchte also eine Raumstation um den Mond aufbauen und gleichzeitig auf dem Mond eine Station wo die Astronauten leben können. Später möchte man die Raumstation um den Mond auch als Ausgangspunkt für Mars Landung verwenden. Artemis 3 wird dann die erste Landung wieder auf dem Mond sein. Was da passiert ist, dass wir wie mit den Apollo Missionen in eine Mondumlaufbahn fliegen und dass es dann dort ein Raumschiff gibt oder geben sollte, das erkläre ich gleich nochmal, geben sollte, an das man ankoppelt und dann würden zwei Astronauten auf den Mond wieder zurückkommen an dieses Raumschiff ankoppeln und wieder zurück fliegen zur Erde. Aus Kostengründen und weil es immer wieder zeitliche Verzögerungen gab, wird man jetzt nicht an so einen Raumschiff ankoppeln, sondern gleich direkt an die Mondlandefähre und die sieht auch anders aus als bei den Apollo Missionen. Das ist nicht das sogenannte Starship. Und nun gebe ich Ihnen einmal die heutigen Größenvergleiche. Erinnern Sie sich daran, wie groß die Landefähren im Apollo Programm waren. Was Sie sehen ist, was das für eine gigantisch große Rakete ist. Mit dieser Rakete sollen dann zwei Astronauten landen. Die Astronauten befinden sich hier oben und brauchen für das Material und sich selbst einen Fahrstuhl, der sie runterfährt auf die Oberfläche. Man kann natürlich mit so einer großen Rakete bedeutend mehr Material mitnehmen und so auch aufbauen. Damit bin ich am Ende meines Vortrages angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Lassen Sie gerne Kommentare da und vielleicht beantworten wir diese dann in einem weiteren Video. Vielen Dank. Bye.